Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Stadtanfluss mit Pride, Han und mir. Hallo. Uhu. Moin moin. Und rein, Jolga. Rein geht's. Frauenprobleme. 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 Hammermusiker. Loungemittel. Uh. Oh. Oh Gott. Drei Sachen fehlen mir. Drei Sachen fehlen mir. Gut, mir fehlt nur noch eine. Ja. Mir auch. Was denn? Nahrungsmittel. Ja. Ist doch nicht so schwierig, was mit... Ach man ey. Manchmal steht mir auch doof an. Ich denke die ganze Zeit an Unterhosen. Ist auch ein Auswurtsgegenstand. Nahrungsmittel. Oh. Nee ey. Nein. Ah. Fuck. Okay. Okay. So. Wer war dran? Ich glaub Pride oder? Ich war zuletzt dran. Ich glaub ich war. Ja ich bin. Ja ich bin. Frauenprobleme. Urologe hat geschlossen. Unterwäsche. Unten rum nicht alles frisch genug. Äh. Anmachspruch. Und öfters hier. Bei mir zu landen. Brauchst du mehr Geld. Und bist du auch... Bist du auch hier? Und? Bist du auch hier? Ich stell mir die Situation gerade vor. Sitzt in einer Bar. Geht zu einer hin. Und? Ey. Bist du auch hier? oder bist du eine Fordamogana? Nachbei möchte ich nicht gefilmt werden. Umhertanzen nackt in meinem Zimmer. Beim Unterhosenverbrennen. Unter der Dusche beim Rasieren. Okay. Nahrungsmittel. Umgewaschene Knie. Dieser WD. Unverpacktes Gemüse. Songname, Musiker Umbrella, U96 und Annelie U96 kenne ich auch nicht gerade. U96, das Wort? Ja, aber die Band heißt glaube ich so, ne? Ja. Ist doch egal. Alles gut. Uhu, Kleber, Uhr und ein Umruhrgerät. Schön umschrieben, sehr gut. Ja. Ein Umruhrgerät. AKR Schneebesen. Genau, ich wollte erst hinschreiben, unterste Schublade neben dem Mülleimer. Ja. poolballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballball Aaaaaahhhhhh Haushaltsgegenstand Aaaaaahhhhhh Aaaaaahhhh Fällt schon mehr kein Nahrungsmittel ein Fuck Aaaaaah Aaaaaahhhhhh Aaaaaahhhhhh Dabei möchte ich nicht gefilmt werden Heuwein tragen Bin stark allergisch Und gehe auf wie ein Hefeteig Alp Nackt im String Oh ok Hinter dem Mülleimer beim Restessen Aaaaaahhhhhh 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 Sehr schön Hello Von Adel Heidi Herzlein Du musst nicht traurig sein Ja Von den Wildiger Herzbuben da Jajajaja Ich weiß Ja Gibt's so stimmt Haushaltsgegenstand Holzlöffel Helm Und Herdplatte Ja ok Alles legit Schlag auf Schlag geht's weiter hier Ja Aaaaaahhhhhh Aaaaahhh Aaaaaahhh Vielen Dank. Dabei möchte ich nicht gefilmt werden. Du kannst ja irgendwas ausdenken. Ich bin ein Songnamenmusiker. Mir fällt kein Anmachspruch ein. Und dabei bin ich eigentlich gut dabei. Aber P ist schwierig. Oh ja. Es gibt auch kein Wort wirklich, wo man einen Satz mit anfangen kann. Das mit P anfängt. Ja doch. Songnamenmusiker. Weißer. Weißer. Song oder Musiker mit P, ja. Da hänge ich auch gerade. Ja, ja, okay. Ich bin fertig geworden. Alter, Alter. Ja, ein bisschen Lisa. Mit den, genau, mit dem typischen Frauenproblem unserer heutigen Zeit. Aua, aua, der Penis ist so groß. Verursacht Schmerzen bei der Penetration. Okay. Die Periode in der Schule oder? Ah. Wie ich jetzt so schön sagen würde, die Periode ist zu blutig. Ja, sehr schön. Anmachspruch. Am besten für die Disco geeignet. Pennen wir bei dir. Bei mir wird's, äh, bei mir wird's renoviert. Mir fehle ich's ein. Puh, das ist aber schwer. Kannst du, äh, kannst du mir helfen? Hä? In der Disco. Was? Ist dein Glas zu schwer oder, oder wie kann ich mir das vorstellen? Der Hoden ist zu schwer. Wir haben doch nicht gesagt in der Disco, oder? Ach so. Einfach nur Anmachsprüche. Ja, oder Pancha, ich begrüße sie. Oh Gott, du kannst es sogar noch. Ja. Dabei möchte ich übrigens nicht gefilmt werden beim Palme wedeln. Ja, das ist verständlich. Pandas im Sack stecken, okay. Oder die Penispumpe benutzen. Nahrungsmittel mit P. Ja, das ist sowas wie Haferschleim. Ach so. Okay. Können wir gerne googeln. Können wir hinschreiben können, Haferschleim. Ach nee. Okay, ähm, Songname, Musiker. People Say. Peter Maffay, yo. People Say habe ich, glaube ich, in meiner Playlist. People Say finde ich jetzt nichts. Außer du. People Say von Don Diablo. Habe ich in meiner Playlist drin. Ja, gut. Dann glauben wir das mal. Ich sehe bei Google nichts. Lassen wir das so gelten. Haushaltsgegenstände mit dem Buchstaben P. Eine Plastiktüte, klar. Eine Patrone. Was für eine Patrone? Wer hat keine Patrone? Hey, so eine CO2-Patrone für den Solastream. Ah. Und einen Pizzaschneider hat bestimmt jeder im Haus, oder? Ja. Siehste, dann lag ich richtig. Ja, dann können wir abschließen. Nicht gut. Ohne. Ist die letzte jetzt schon, oder? Vorletzte. Vorletzte. 4, 5, 5. 5, 6. Ne, immer dieser... Ach, Mann. Ja, war er. Oh, der war jetzt auch mal schnell. Richtig schnell. Ach. Bitte, was? Ach so, ich bin, ne? Ja. Frauenprobleme. Anal. Ruptur. Ruptur, wenn du was gerissen hast. Ja, ja. I know. Augenbrauen abrasiert. Hm. Abend. Garderobe für den Arsch. Ach so. Weil Klamotten zu haben. Weil Klamotten zu haben. Ach so, okay. Klamotten zu haben. Äh, Anmachspruch. Alles gut, Schika? Mann, welcher Anmach kann ich die Bogen treffen? Aber keine Sorge, ich komme einfach. Herrlich, ey. Von euch kann man sich nochmal richtig Tipps abholen. Das ist sehr gut. Dabei möchte ich nicht gefilmt werden. Amsel auf den Grill werfen. Beim Abendessen. An der Ampel Igel treten. Oh Gott. Alter. Nahrungsmittel, Apfel, Avocado, nichts. Song. Ach, aber. Aber. Haushaltsgegenstand, Alufolie, Aschenbecher und Hahn hat nichts. Boah, diesmal war ja richtig schnell. Geil. Ja. Gucken wir doch mal. Na rein, Jürgen. Jetzt ist der jetzt, ne? Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn du heute mitkommst, bekommst du 5 Mark. Was willst du erwarten bei 3 cm, der Nack am Stachel? Geil. Okay. Dabei möchte ich nicht gefilmt werden. Wasser lassen in der Dusche. Wein. Wäsch. Wichsen. Äh, waschen. W-w-w-w-w. Ja, okay. Was? Ja. Ja. Ach so, okay. Wie auch Wachsmalstifte? Ja. Naja. Und das Ergebnis ist... Ah. 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 Wer war, 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 war. Man, 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 man. Ich bin zweiter, ja. Mensch, damit habe ich ja schon wieder das letzte Wort. Ne, komm mal an. Du hast das letzte Wort, ne? Die hast das letzte Wort gehabt. Ja, äh, wenn es euch gefallen hat, ne, ihr dürft ja ruhig gerne auch liken, kommentieren, wie auch immer. Ansonsten wünschen wir euch, ähm, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.